Und damit herzlich willkommen zurück zu Forever Skies. Hier ist alles so weit auf dem neuesten Stand. Aber ich weiß ja, in Underdust, da gibt es noch was zu holen. Also müssten wir rein theoretisch ein bisschen rumfliegen und mal schauen, ob wir nicht irgendwo ein Fragezeichen sind. Ich glaube, bei Underdust müsste es auch ein Fragezeichen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier unten ist nichts von Relevanz für uns. Nö. Wir können ja auf dem Weg so ein paar kleine Stationen abgrasen für ein bisschen Material. Dann können wir noch die restlichen dicken Lampen fertigstellen. Weil wo jetzt dieses eine Fragezeichen sein könnte? Überall. Meintheoretisch müsste ich ja auch mal zu den Gärten fliegen. Weil ich brauche ja diese gelben Pflanzen. Kalorienlevel ist aufgerüstet. Sack bloß. Sack bloß, du. Einmal hier rein. Oh, da haben wir schon was zu futtern gefunden. Siehst du? So einfach geht das. Das ist kein Problem mehr. Oh. Daten. Ach, wieder eine Lampe. Meine Güte, wie viele Lampen soll ich denn noch haben? Verschiedenste Formen. Oh. Da. Da. Flicken. Die hätten jetzt dafür gesorgt, mit dem letzten Update, dass weniger Flicken rumliegen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es liegen immer noch genauso viele rum. Bambam. 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 Schön den Kupfer mitnehmen, ja? Da ist noch eine Heliumflasche. Das ist schon mal für die Zukunft, wenn ich mein Luftschiff weiter erweitern möchte. Oh. Nett. War so wahrscheinlich nicht geplant, liebes Spiel. Ich bin gerade durch den Boden in mein Schiff hinein. Okay, okay. Fall. Ich kann damit leben. Macht mir das Überleben leichter. Beides mit Teil. Und so. Ein Ding ins Bumenzieher. Ja. Mehr Metall. Gut. Na, rein mit dir. Der Rest war hier oben. Genau. Da. 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 Treibstoff und so können wir erstmal so mit uns rumschleppen, ist ja kein Problem. Oh, ich ahne Böses. Da ist gut, wie bald wieder ein Sturm. Ich ahne so richtig Böses, wenn... Ach nee, ist geschnürt auf. Ja, der kleine Communication Tower da unten, der ist jetzt... ...nicht so relevant für mich. Ja, 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 da können wir auch nochmal inzwischen landen. Wie gesagt, ich möchte ja vor allem Festkörper. Also das... Eine Höhe verlieren, das dauert mir noch zu lange, muss ich gestehen. Man sieht das hier, 291, wie langsam das geht. Aufsteigen geht immer super schnell, aber runterkommen... Oh, ei, 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 ei. Das braucht seine Zeit. Dann... ...kunst...ääh, plastik, nicht Kunststoff. Plastik wird das benannt. Oh, wollen wir ja haben. Brauche ich da auch für irgendwas. Für irgendwas brauchte ich dich. Weiß noch nicht mehr, für was. Ähm, Glas eigentlich nicht so sehr. Dann nehme ich lieber dich mit. Ich meine, solche kleinen Dinger hier abzugrasen, ist halt nicht schlecht wegen den ganzen Datensitzen, die man findet. Und Dinge, die man noch bauen kann. Der Rest ist hier... Oh, halt. Hier, hier irrelevant. Stimmt, das war gar nicht Plastik. Das war Zynd. Zynd brauche ich aber auch. Flicken, überflicken. Haltstoff. Der müsste bald aus sein. Wenn ich die alle mit 100 befüllt habe, irgendwann müsste der aus sein. Ich habe auch Ewigkeiten. Keine Poster und sowas mehr gefunden. Ist hier noch so ein Melon unterwegs? Nein. Ähm... Zack, zack. Mit Pflanzen gucke ich immer ganz genau. Nicht, dass der doch noch... ...wo so eine Melon rumeiert. Da liegt was drin ist. Das kann ich sehen. Lauter Flicken. Oh, es war eins mal wieder. Schön. Schön. Gut. Wo stellen die hier eigentlich hin? Ah, ich will jetzt noch was zu holen. Machen wir die Flicken. Die Hilfe-Kasten. Das ist nicht wirklich wichtig. Die Hilfe-Kasten, die nutze ich eigentlich gar nicht. Eigentlich nutze ich die überhaupt nicht. Ich heule mich dadurch, dass mein Gesundheitsstatus gut genug ist. Das ist nicht aufgemacht. Das ist nicht aufgemacht. Das ist nicht aufgemacht. Ich heule mich nicht aufgemacht. Das ist nicht aufgemacht. eine melen irgendwie dran keine melen dran hier für dich überlegung machen sich jetzt bereits war da erst mal dich hier reinlegen langsam aber sicher mal flaschen zu vergrößern überall nur noch große flaschen zu nutzen was brauchst du für die großen flaschen nochmal polymär wie stelle ich polymär her hab ich gedacht dass ich nochmal polymär herstellen muss lanzenöl und synth das kann es nicht sein ich habe mehr als genügend synth überdenkt das nochmal bitte so da habe ich ja auch in diesem geschlafen dann grösschen große flasche hierfür brauchte ich die melen hierfür mal raus nehmen und mal diesen rot geschüttenen herstellen kannst du von hier aus was angeln ja kann er sehr gut polymär fehlt mir wieder er stellt immer nur ein polymär her das ist das problem der staubfiecher her ähm einen Augenblick bitte muss mal hier loswerden da rein hin ist doch und kochen ja wir ersetzen jetzt mal hier diese vollen lächlein von irgendwann relativ schnell hoff recyceln bis mein mittagessen fertig ist dann mache ich hier nur noch in diese großen flaschen dann so wundervoll ganz im öl ich verwechsele aber die Truhen ich verwechsele leider die Truhen miteinander das mal essen das mal essen wo hier da rein da rein ach ich muss eine andere Synthquelle finden das dauert mir zu lange dem Weg dauert es mir zu lange auch einfach wieder eine neue Synthquelle Synthquelle Polymärquelle Synth habe ich mehr als genug ja ich könnte jetzt das Windrad da unten plündern wenn ich nur auf der Suche nach Polymär gerade um ein paar Folgen hätte ich nicht gedacht dass ich das nochmal laut ausspreche immer so viel Polymär aber ich habe es gut aufgebraucht viel einfacher ich muss nicht mehr auf dieser Fläche landen und viel viel einfacher brauche ich Kunststoff brauche ich wirklich Kunststoff ich verwechsle jetzt immer die Materialien ich meine die Kupfer brauche ich wirklich Kupfer ja kann ich mir aber anders kein Polymär oh wird haarvoll oh schau mal eine an was äh es gibt Dinge für die lohnt es sich zu kämpfen es gibt Dinge die sollten nie passieren ok wir gehen hier mal hoch da sehe ich übrigens was zum reparieren schauen wir doch einmal hier 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 da kommt das mit rein da 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 was hatte ich denn hier eins ach so der Kupfer da die Flicken und Treibstoff und schon haben wir hier wieder ein bisschen Platz wieder verwechselt meine Güte dann werde ich hier nur noch die Posenflaschen von diesem Zeug haben mhm so machen wir das nämlich ähm nö äh ich lade dich an der hier auf weil die Kristalle kann ich locker nachproduzieren ich habe mehr als genügend Kristalle das ist kein Problem und am anderen muss ich jedes Mal sowas hier knacken um da ranzukommen um die ich selber herstellen kann bis jetzt guck mal wird es bestimmt möglich sein oh hey mal wieder ein Poster oh eine Lampe einfach ein Tisch nein ich bin erstaunt keine Lampe mhm eine Treibstoff ach komm schon wirklich du hast so viel getrunken vorhin nun gut der Hauptteil ist geplündert der Rest das ist nur so Beifang brennt das da vorne oh das brennt du da ist sogar noch was drinnen das ich einfach so aufsammeln kann das nehme ich so mit flupp wird der Wiesenteil hier das ist einfach enorm könnte ich doch by the way eigentlich auch mal hier die Decken und sowas mal noch fertig stellen jetzt gehen die Materialien aus wirklich halt gehen sie überhaupt nicht gehen sie überhaupt nicht aus zähle doch nicht habe ich jetzt alle ist jetzt überall Licht aufgegangen ne irgendeine noch nicht ok ok feine Sache oh ich möchte so ein Kristall wenn ich das jetzt auch mal erfahre wie stellte ich die denn her Plastik und so ein Ding Printing completed Wonderful Und voll ist das Ding und du bist auch meine Güte wie schnell das geht ok ja ähm ja da rein William da rein das Ding brauche ich jetzt erstmal nicht farmen da ist das Lager voll ok wo war der Kristall da so Poster und sowas kommt hier oben rein du kommst hier mit dazu alles organisiert halten hier schöne Sache ist getrunken auf dem Weg aber ich habe nicht das gefunden bisher was ich gesucht habe oh halt muss ich nicht nicht wieder einfahren so was kann ich dich ausgefahren zu lassen so einen Garten könnten wir als nächstes mal halten genau auf den neuen Treibstoff es gibt ja diesen Bio-Treibstoff da brauche ich ja diese gelben Pflanzen wäre ein Garten doch sehr von Vorteil also dann kriegt man hier unendlich viel Schmutzwasser da ist der Schmutzwasserpool gut Pflanzenöl müsste es mitnehmen für Polymer da ist Polymer braucht auch nicht so viel Pflanzenöl was haben wir jetzt ach mal wieder eine Lampe wer hätte es gedacht eine Lampe mit mir ein für euch muss ich auch mal Licht anmachen hier ist es immer wieder für mich ist es eigentlich hell genug aber dann habe ich das Gefühl oh könnte doch schon Fenster sein und dann fährt mir da ein ach ja YouTube macht ja alles immer so schön dunkel hier war das Eisernpally mehr da siehst du schöne Sache hier die Schäden repariert sind ja ist er gut ja wie ist er das hab ich getrunken sie ist stolz hier kann ich die jetzt ja um oh schön das da rein das hier okay die Polymer hab ich noch das watch nochmal dafür ähm woher eigentlich kann ich hier noch mehr bestimmt drinnen finden also das ist ja jetzt nicht zwingend notwendig dass ich hier äh das herstelle könnte hier nur noch ein paar von denen recyceln weil so viele brauche ich nicht mehr und jetzt alles nur auf Trost gemacht jetzt ist die hier gleich alle auf bitteschön bitte ich ich noch zwei kleine ich noch zwei Christos machen denke ich mal oder ja von dem hab ich jetzt mehr als genug ja da kann man da mit rein hier könnte ich noch zwei Krose draus machen ja muss ich eine verpflanzen was ich hier drinnen noch finden werde Schmutzwasser gutes Wasser hier drinnen so machen wir das auf jeden Fall so machen wir das was noch irgendwo anders kleine Flaschen die ich ersetzen wollte draußen ist noch das nicht dass ich wüsste also hier drinnen noch Bulimäa suchen und diese diese gelbe Pflanze ich müsste noch so eine rote Aster finden oder sowas ne kleine Aster musste ich noch finden was ist denn eigentlich hier Studie diese ganzen Lampen diese ganzen Lampen du einfacher Tisch sieht ja alles ganz schick aus frag mich wie viel es da noch gibt jetzt insgesamt ich das alles einzeln anklicken muss ist schon ein bisschen nervig so füllen wir das jetzt mal Studien Scanner Garten ein bisschen anders gab es hier die kleine Aster Datenbank müsste ich vielleicht mal gucken eher Welt Worte ja ist klar schön zu wissen also was ist das ein bisschen Lockbeute aus dem Staub an ja aber lockt keine bessere Beute an ich habe eigentlich gehofft dass es bessere Beute anlockt bei klar tausendmal diese Verbesserung Notizen ist nur das neue Plakat jetzt müsste ich mal gucken äh Nahrung wenig gekocht Natur Flora Fauna Eistau ich habe ja das sind die Insekten so das ist alles klar die Fauna weil Flora ich habe diese Aster noch nicht gefunden das ist es kann ich sie nicht zuordnen ok jetzt ist sie im Anderdust bin mir nicht ganz sicher auf jeden Fall die brauche ich noch und für den Treibstoff jetzt in der nächsten Folge aber erst brauche ich Biomasse wie geht es was brauchte ich das gelbe brauchte ich ja nur Biomasse was brauchte ich das gelbe ach ja für den einzigarten Insektenköder alles klar genau 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 da brauchte ich das brauchte ich auch ein Polymer dafür ekelhaft das ist schon alles voll hier überall Wasser drin egal egal in der nächsten Folge machen wir weiter ich danke vielmals fürs zuschauen auf wiederschauen reingau tüdelüцию Bis zum nächsten Mal.